Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Benny und seine Gang ist gerade wieder zu Hause. Und wir wollen uns mal zu den Dorfbewohnern gesellen, um zu hören, ob die uns jetzt so richtig gern haben, so wie ihr mich gern habt hier. Ob die uns verehren, da wir jetzt auch noch, na, äh, neben dem Töten bis Nuh, auch noch die Steuergelder zurückgeholt haben. Also ich weiß ja nicht, wenn die uns jetzt nicht verehren, dann werden sie es wohl nie tun. Och ein Hase, guck doch mal. Och, wir können uns nicht auf den Hasen konzentrieren. Wir werden gebattelt. Wer will denn was? Ripper, okay, dann kommt mal her. Hua, tot. Hua, tot. Du hast einen großen Sieg vollbracht. Da 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 da, bam 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 bam. Oh, ein süßer Hase. Naja. Weiter geht's. Ja, ein paar Monster laufen hier auch rum. Hey, alter Mann. Hey. Habt ihr gehört, wie jemand hier letzte Nacht einfach so ankam und das Geld im Dorf zurückließ? Also, wer hätte so was crazyhaftes gedacht, hä? Ja, ähm, hätten wir überhaupt nicht gedacht, hä. Okay, weiter geht's. Aber wir werden wieder gebattelt. Wer will was? Hä? Es ist ein Gonghead. Och, den ownen wir auch direkt weg. Hua. Bam. Oh, oh, der hält das aus. Der hält was aus. Hm. Du hast einen großen Sieg vollbracht. La 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 la. Und weiter geht's. Ho, 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 ho. Hm. Wo laufe ich jetzt eigentlich gerade hin? Das wüsste ich gerne. Wo bin ich? Ich will zum Dorf. Wo geht's hin? Och, ein paar Goblins. Wie süß. Influence. Yes, Sir. Log on. Ja. Aber das werdet ihr nicht lange überleben. Tod. Tod. Du hast wieder einen großen Sieg vollbracht. Was anderes erwartet man ja auch nicht von Benny. Okay, weiter geht's. Na, wie geht's euch? Da waren ein paar sehr merkwürdig aussehende Typen vor einer Minute. Ich, äh, irgendwie gefiel mir ihr Aussehen nicht. Aha, komische Typen. Diesen Morgen war ein ganzer Haufen Geld vor dem Haus. Als Mom es gesehen hat, ist sie total, äh, auf, auf, ausgetickt und hat es irgendwo hingebracht. Ich frage mich, was das alles sollte. Aha. Wir beeinflussen langsam die Welt hier. Okay, wir sind wieder auf der World Map. Und Ausrufungszeichen. Warum sage ich eigentlich Ausrufungszeichen? Es heißt Ausrufezeichen. Sorry, wenn ich Ausrufungszeichen sage, aber irgendwoher muss ich das aufgeschnappt haben. Na gut, wir kommen zum Battle. Hier soll es ein Item geben. Oh, zwei Mantraps. Na dann. Mal gucken, wie wir mit denen zurechtkommen. Sieht ganz gut aus. Destroyed. Ja, und der andere pennt noch. Gut. Dann machen wir den auch platt. Critical Hit. Destroyed. Du hast einen großen Sieg vollbracht. Und Ray, Pointed Stick. Ja, super. Sticks brauchen wir nicht. So, wo ist das Item? Mir hat man ein Item versprochen. Wo ist es? Ansonsten wäre ich ja wohl kaum hier. Okay, wer will was? Ach, ein Mage Go. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Oh, wie süß. Und Destroyed. Du hast den Feind vernichtet. Lala. Na dann. Wenn es weiter nichts ist. Ach Gott, ich hau doch jetzt für ein paar Sandys nicht alle Bäume hier kaputt. Ich will das Item haben. Wo ist es? Sag nicht, man hat mich hier verarscht. Dann mache ich diese Welt aber platt, du. Du hast die Initiative. Na dann. Das gibt ein Overkill. Flutsch. Du hast einen großen Sieg vollbracht. Oh man, also so werden wir nicht stärker. Und so finde ich auch nicht das Item. Sag mal. Wo haben die es versteckt? Nirgendwo zu sehen. Und ein Mantrap. Na dann, dann hau ich einfach ab. Dann habe ich keine Lust darauf. Oh, Critical Hit. Du hast den Feind vernichtet. Joa. Ah, da ist es ja. Schön zu wissen. Du hast gefunden. Bracers. Wie sieht es eigentlich hier mit der Rüstung aus? Können wir irgendjemandem was tolles geben? Ballockknife. Bullshit. Ja, wir können Agility mit diesen Bracers erhöhen, aber... Näh. Lassen wir. Okay. Raus hier. Wir gehen zum Dorf. McNeil. Na dann. Hallöchen Leute. Wie geht es euch denn so? Ein kleiner Hund. Huff. Ach, wie bist du süß. Ich gehe mal hier in die Waffenschmiede. Hä? Wie jetzt? Es tut mir leid. Nichts für euch zu verkaufen. Wie jetzt? Will er unser Geld nicht? Ich habe so viel Geld, aber er will es nicht. Wie sieht es hier aus? Ich? Ich? Ich habe nichts getan. Wirklich nicht. Wenn ihr dieses Geld im Sack meint. Und ich habe es zurück zu McNeil gegeben. Und ich habe es zurück zu McNeil gegeben. Wie jetzt? Wieso hast du es zurückgegeben? Sag mal. Seid ihr alle bescheuert? Warum habt ihr das Geld zurückgegeben? Ihr seid in McNeils Haus eingebrochen und habt das Geld gestohlen. Und dann habt ihr es überall in der Stadt verteilt. Was habt ihr euch dabei gedacht? Vielleicht euch zu helfen? Sag mal. Was soll denn der Fuck? Seid ihr Hater? Nach dem Motto. Ich lade die Videos hoch. Und das einzige was ich zu hören bekommen ist. Warum nicht mehr Videos? Oder was habe ich mir dabei gedacht? Überhaupt ein Video hochzuladen? Oder warum nur so kurz? Hä? Das sind alles Hater. Ein Dorf voller Hater. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und was ist in diesem Inn? Ja du. Vielen Dank. Dank euch denkt McNeil jetzt wir wären Diebe. What the? Das ist toll. Das bedeutet also niemand will uns jetzt bedienen oder was? Ja super Tapon Ray. Ich habe doch direkt gesagt, dass Stehlen keine gute Sache ist. Meine Fresse ey. Jetzt muss ich wegen euch leiden. Toll. Und in den Häusern geht überhaupt nichts ab. Ich wache auf und Geld liegt da vor der Tür. Dann ist jemand von des Bürgermeisters Leute gekommen. Und rannten runter in größter Eile. Es war einer von euren Scherzen, nicht wahr? Ja. Was heißt Scherze? Wir wollten eigentlich euch nur helfen. Also irgendwie sind die nicht gerade begeistert. Und wie sieht es den Farmern hier unten aus? Will nicht mit uns reden oder was? Da ist wieder einer dieser komischen Leute. Oh. Hallo Ray. Nettes Wetter, hä? Hey Locki. Wir haben das getan, was du gesagt hast. Wir haben McNeils Geld jedem gegeben. Schuss. Sagt das nicht so laut. Leute werden euch hören. Wenn McNeil das herausfindet, dann wird er mich töten. Killen. Aussplitzen. Alles mögliche. Wovor habt ihr überhaupt Angst? Ihr habt doch gesagt, McNeil sei der schlechte Typ. Schuss. Alles klar. Alles klar. Rede einfach nicht zu laut, okay? Wir können da drüben in der Hütte drüber reden. Hier geht's voraus, okay? Das war noch nie eine gute Idee, vorauszugehen. Als ich aufgewacht bin, war da so ein Sack mit Geld vor meinem... äh, vor meiner Tür. Ich war sowas von überrascht. Oh, ich... Ich hab's dem Bürgermeister zurückgegeben, so schnell ich konnte. Es war die einzige Sache, die ich tun konnte. Ich möchte Mr. McNeil nicht wütend machen. Der würde mich aus dem Dorf kicken. Aha. Und ich bann dich gleich. Das war nie eine gute Idee, irgendwie vorauszugehen in einer Hütte. Wir werden jetzt bestimmt sterben. Rei? Etwas ist... Läuft falsch hier. Wir werden diesen Locki dazu bringen, alles zu erklären. Hm. Wenn du meinst. Ja, wie jetzt? Du bist aber nicht Locki. B-B-Banien? Ich wurde eingestellt, um mich um diese Kühe zu kümmern. Also alles, was ich sage, wird zu diesen Kühen gehen. W-W-Wat laberst du? Wir warten hier für Locki? Hey, Kuh! Hast du gehört, dass dieser Typ Locki dachte, er könnte hier ein einfaches Leben haben, in dem er McNeils Geld hat? Aber... Er wusste nicht, dass McNeil für eine große Gang von irgendwelchen Fieslingen arbeitet, die es überhaupt nicht mögen, wenn man das Geld klaut. Klingt ziemlich gefährlich, nicht wahr, Kuh? Du... Du alle Schlampe, du... Ähm... Was meint er, Rei? Das bedeutet... Wir sollten hier nicht zu lange rumhängen. Wir sollten nach Hause gehen. Schnell! Ähm, wir tauschen. Okay. Anscheinend gehörte McNeil wirklich nicht das Geld, sondern irgendwelche... Der wird wahrscheinlich erpresst von irgendeiner Gang oder so, die gerne das Geld für sich beanspruchen wollen. Aber, äh, dadurch, dass wir es geklaut haben, wurde diese Gang anscheinend ziemlich, äh, aggro, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, wenn wir jetzt nicht schnell nach Hause gehen, werden wir wahrscheinlich noch gemeuchelt. Also ab nach Hause. Immer, wenn man Stress hat, ab nach Hause. Also los. Wir müssen weg von hier. Die Shatterwälder. Okay. Los, 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 los. Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Oh, ein Ripper. Komm, verschwinde. Wir haben keine Zeit für dich. Tschüss. Wir müssen nach Hause. Heim, wir müssen heim. Nirgendwo ist es schöner als zu Hause. Ah, meine Wohnung habe ich auch ganz gerne. Die habe ich so schön eingerichtet. Und, was wird das jetzt? Och, nein, Goblins. Influence. Lock on. Yes, Sir. Naja, nicht da, dass du lange überleben wirst. Und, was einen großen Sieg vollbracht. Okay, los, wir müssen nach Hause. Lauft. Nach Hause müssen wir. Was ist das für ein Geräusch? Das kommt mir bekannt vor. Hört sich das an wie... Feuer? Scheiße, unser Haus brennt. Nein. Was? Was zum... Unser Haus brennt. Scheiße. Mein PC, rettet meinen PC. Da sind meine Videos drauf. Scheiße, scheiße. Rettet meinen PC. Los, tu was. Was geht hier ab? Was ist passiert? Tu doch was, meine Let's Plays. Hi. Wer seid ihr denn? Hm. Ich habe mich gewundert, wie unsere Diebe aussehen könnten. Aber das sind ja nur ein Haufen von Kids. Nicht wahr, Bruder? Hä? Ja, wie jetzt? Ich bin doch kein Kido. Keine Angst, hä, Sander? Zeit für die Schule. Ein... Ein... Ein Unterricht in Sachen Schule des Lebens, hä? Ihr... Ihr verdammten Schweine! Das ist richtig. Du bist ein bisschen zu klein für hier die große Liga, mein Junge. So, jetzt wird es aber langsam Zeit, ja, dass du dich verkriegst, wa? Kleines Bitch. Na, warte, ey. Hey! Sieh dir das an, Bruder. Die versuchen zu kämpfen. Kinder. Die tun einfach nicht, was man ihnen sagt, wa? Okay. Boss Fight. Gegen Sander und Balio. Was werden wir in diesem Kampf erleben? Diese Leute haben unser Zuhause zerstört. Dafür müssen wir uns rächen. Im nächsten Part. Bis dann.